Herzlich willkommen, liebe Zuhörer hier aus Balderschwang. Mein Name ist Astrid Moskopf, hier beim Interview des Tages freue ich mich, Sie jetzt begrüßen zu dürfen. Ich sitze hier im Studio in Balderschwang mit meiner Kollegin Marion Kohl, wie gesagt, frisch aus Rom zurückgekehrt, beinahe frisch aus Rom zurückgekehrt. Sie war dabei vor dem Tod von Papst Benedikt XVI., beziehungsweise nein, also nach dem Tod von Papst Benedikt XVI., aber vor der Beerdigung quasi schon da. Sie war vor Ort, hat live für uns von dort berichtet, hat uns auch einen lebendigen Eindruck von da vermittelt, wie es da so zuging und uns einfach mit hineingenommen in die ganzen Feierlichkeiten und Ereignisse rund um den Tod von Papst Benedikt XVI. Mit ihr spreche ich jetzt. Ich habe noch ein paar Fragen an Sie, vielleicht sozusagen ein abschließender Rückblick zu dieser Zeit, zu dieser besonderen Zeit, zu diesem besonderen Start in das Jahr 2023. Was da so jetzt so bei ihr hängen geblieben ist, was jetzt gerade so im Rückblick noch so hoch kommt. Marion, wie gesagt, du warst kurz nach dem Tod von Papst Benedikt vor Ort. Es ging alles ziemlich schnell. Du warst noch im Urlaub, als du aufgebrochen bist, oder? Genau. Ich war bei meinen Eltern über Weihnachten und hatte auch noch vor, eigentlich bis zum 4. Januar dort zu sein. Und bin sogar noch zu Einkehrtagen gefahren. Und dann, als dann am 31.12. die Meldung kam, Papst Benedikt ist gestorben, dann haben wir uns direkt in Konferenz geschaltet mit den Kollegen. Und ab 10.45 Uhr war ich eigentlich dann nur am Telefon in Konferenz, am Organisieren, Referenten organisieren, Flüge organisieren. Das habe ich gleich von dort gemacht, weil netterweise eine Schwester mir angeboten hat, dass sie mich mit ins Büro nimmt. Und das war auch gut so, weil man gemerkt hat, die Flüge gehen weg. Also es wird immer teurer und sie werden immer weniger. Und ich wollte einfach so schnell wie möglich auch dann dort sein. Wärst du auch gefahren, wenn du jetzt nicht dienstlich gereist wärst? War es dir auch ein persönliches Anliegen dazu? Auf jeden Fall. Warum? Auf jeden Fall. Egal, ob dienstlich oder nicht, weil ich einfach mit ihm verbunden bin. Ich durch die Zeit meines Studiums in Rom, oder vielleicht müssen wir noch vorher anfangen. Ich bin groß geworden mit Papst Johannes Paul II. Und an seiner Seite war immer Ratzinger. Ja, das war das Gespann für mich. Und ich habe dann in Rom studiert, bin 1993 nach Rom gegangen und dort war die Möglichkeit, Donnerstag morgens um sieben Uhr im Campo Santo Teutonico, das ist der deutsche Friedhof und wo auch die Messe auf Deutsch gefeiert wird. Das ist innerhalb des Vatikans. Da kann man hingehen, auch als Pilger. Und da war donnerstags morgens um sieben die Heilige Messe mit Kardinal Ratzinger, Perfekt der Glaubenskongregation damals. Und eine Mitstudentin und Freundin von mir hat halt gesagt, wir gehen da immer hin, magst du mitkommen? Das hieß um ungefähr um Viertel nach sechs am Morgen in den Bus steigen, um rechtzeitig auch da anzukommen. Und das war immer sehr beeindruckend. Er hat immer ein paar kurze Worte zum Evangelium gesprochen, die immer so tief den Kern getroffen haben, dass das immer sehr beeindruckend war. Und nach der Liturgie, nach der Heiligen Messe durften alle im Innenhof vom Campo Santo stehen bleiben und ihn auch begrüßen. Und damals eben war es doch so, dass mein Bruder war gerade auch da und wir haben nur Guten Morgen gesagt und er hat gleich gegrinst und gesagt, ah, aus der Kölner Gegend. Ja, und das ist uns halt auch so hängen geblieben. Und dann natürlich nochmal, also es war dann, ich war ja oft dort in der Heiligen Messe und dann natürlich war er bei Papstmessen auch immer mit dabei. Und wir durften auch einmal als Studenten mit in den Vatikanen als ein neues Dokument vorgestellt wurde. Ich meine, es war Fides et Ratio, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war es. 96 und da hat er das auch vorgestellt und wir durften als Studenten mit in die Aula, wo alle möglichen Leute auch saßen. Ja, und dann natürlich, als er Papst geworden ist, waren wir natürlich von Radio Hureb auch dabei beim Weltjugendtag in Köln. Und wir haben damals schon von Johannes Paul II. und natürlich dann von Ratzinger auch die Generalaudienzen übersetzt, also Peter Sonneborn und ich im Wechsel. Und da habe ich halt jeden Mittwoch mitgeschwitzt, ob es klappt oder nicht, weil mir die Schuhnummer auch etwas zu groß erschien. Und wir hatten keinen, nicht einen Vorlauf, um das zu übersetzen, aber es war immer faszinierend. Mich hat das total beeindruckt, was er in diesen Themen, was für ein Glaubenspanorama er aufgezeigt hat, wie die Glaubensgeheimnisse ineinander greifen und wie er mit ganz einfachen Worten das immer erklären konnte. Das war immer eine Herausforderung, das auch so schnell zu übersetzen, weil er ja druckreif gesprochen hat, mit Schachtelsätzen und so, dass man hinterher gestolpert ist. Aber es war immer so ein Aha-Erlebnis, also immer eine Bereicherung. Und ja, und ich bin damals auch zur, als er den Rücktritt, also ich war zum einen bei der Beerdigung von Johannes Paul, dann bei der ersten Heiligen Messe, dann 2005 und der Papstwahl von Papst Benedikt, war ich auch dort zur Messe, die erste Audienz dann und Einführung und eben auch dann beim Rücktritt. Und also mich hat es nichts mehr zu Hause gehalten. Ich habe gesagt, ich muss hin, also egal ob dienstlich oder nicht, ich will hin. Das war also ein Abschied für dich persönlich, aber dieser Abschied, den musstest du natürlich auch ein bisschen für die Hörer so kommunizieren, offen halten. Das war keine, jetzt in diesem Fall keine persönliche Reise. Du hast das mit unglaublich vielen Gesprächen gefüllt, diese Zeit. Hast ein unglaubliches Panorama uns aufgemacht durch deine Interviews, wo du ins Gespräch mitgekommen bist, über Benedikt den 16. mit verschiedenen Persönlichkeiten. Wie hast du das gemacht? Ich meine, in der kurzen Zeit, in der du da warst, hast du wirklich unsäglich viele Interviews geführt. Wie hast du das zustande gekriegt? Also für mich war das ein Wunder der Vorsehung auch, ein Wunder der Fügung des Lieben Gottes, weil ich glaube, machen kann man das nicht. Und ich kann mir auch etwas, dadurch, dass ich so schnell auch aufgebrochen bin und gefahren bin, das war dann total nett. Ich muss sagen, ich hatte natürlich einen Plusbonus dadurch, dass ich jetzt die letzten Jahre seit 2019 immer bei den Schülerkreistreffen, Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem 16. war. Und als ich noch überlegt habe, soll ich da… Ja, auch Radio-Horob-Übertragere gewesen. Genau, wir haben das die letzten vier Jahre übertragen. Da durfte ich schon Interviews mit Schülern, die wirklich noch bei ihm in die Schule gegangen sind, führen. Und auch mit dem neuen Schülerkreis. Das sind diejenigen, die jetzt jüngere Theologen sind, die sich intensiv mit seiner Lehre befasst haben. Und ich wusste, einer davon wohnt im Vatikan und ich hatte schon überlegt, soll ich den kontaktieren? Und während ich noch überlegte, hat er mir geschrieben und hat gesagt, wenn er irgendwie helfen kann, soll ich das sagen? Und das war natürlich super schön und da war ich so dankbar drüber. Und dann habe ich halt gesagt, ja, zwei Dinge. Ich würde gerne in den Petersdom zum aufgebahrten Leichnam von Papst Benedikt und falls er mir helfen kann, ein Interview mit Kardinal Kurt Koch zu organisieren, dann wäre das super. Und das hat er dann für mich auch sofort erledigt. Ich hatte schon am Abend Terminvorschlag, wann ich zum Kardinal Koch kommen darf. Und er ist der Protektor der beiden Schülerkreise. Das heißt, Papst Benedikt hat ihn gebeten, als ihm kräftemäßig nicht mehr so gut ging. Ob er das für ihn praktisch übernehmen kann, dass er präsent ist, das begleitet die beiden und auch bei den Symposien dabei ist. Und deswegen war es mir so wichtig, ihn auch zu treffen, mit ihm zu reden, mit Kardinal Koch. Und alles andere war dann eigentlich fast Fügung. Also mir ist gleich am ersten Abend Dr. Maximilian Heim über den Weg gelaufen mit Pater Karl Wallner und Pater Wolfgang Buchmüller. Abt Maximilian, liebe Zuhörer, kennen Sie, Stammreferent seit vielen Jahren bei uns. Auch Pater Karl Wallner ist kein Unbekannte, war auch oft auf Sendung bei uns, ist oft bei irgendwelchen Symposien, Vorträgen, Konferenzen dabei. An dem Abend war es dann schon so, später haben wir gar nichts mehr ausgemacht. Wir haben nur gesagt, wir hoffen, wir sehen uns. Aber am nächsten Tag habe ich dann versucht, sie zu erreichen. Am Anfang habe ich gedacht, das funktioniert überhaupt nichts an Organisation. Es war einfach schwierig, weil alle haben auch ihre Handys natürlich aus, wenn sie im Petersdom sind oder zur Messe irgendwo gehen. Die können ja nicht die Handys anlassen. Und ich habe dann einfach nur gebeten, lieber Gott, bitte hilf mir, dass irgendwie, dass mir die Leute über den Weg laufen, dass sie offen sind dafür. Und mir haben auch zwei Schwestern versprochen, dafür zu beten. Die haben das mitbekommen, dass ich fahre und haben gesagt, sie begleiten mich im Gebet. Und ein Pater, der Grippe hatte und flach lag, der hatte mir auch geschrieben, er ist krank, aber so kann er wenigstens allem folgen und zuhören und beten. Und dann habe ich gesagt, bitte beten Sie auch für uns. Das wäre super. Und irgendwie habe ich nachher einfach die Fügung Gottes gespürt, nachdem ich meine Bankrotterklärung dem lieben Gott gegeben habe und gesagt habe, bitte sorge du, weil sonst wird es langsam peinlich. Dann waren mehr Interviews zu haben, als überhaupt Zeit war. Also es war, es war dann einfach, ich habe nur noch gestaunt und konnte eigentlich nur noch Danke sagen, weil ich stand einmal an der falschen Kirche, weil mir jemand gesagt hat, Bischof Vorderholzer, Bischof Osterfeier in der Messe, Abt Maximilian hat gesagt, er spricht die beiden für mich an, weil er sie gut kennt, ob sie bereit sind. Und das war, mir wurde die falsche Kirche gesagt, ich stand zu der Uhrzeit in der falschen Kirche und habe nur gedacht, ja super, er fragt für mich, aber Frau Kuhl ist nicht da. Und dann habe ich halt mir ein Ticket, Busticket gekauft, bin quer durch die Stadt gefahren, aber sie haben mich nicht mehr reingelassen. Die haben gesagt, nein, es ist zu spät, Petersdom schließt um sieben. Und dann habe ich gesagt, ich will gar nicht in Petersdom, ich will zum Campo Santo, das ist eine deutsche Gruppe, da sind die Bischöfe und nein, kein Reinkommen. Dann habe ich davor gewartet und habe mir nur gedacht, na super. Und ein Bischof kam raus, aber er musste dringend woanders hin und hat gesagt, heute schafft er es nicht. Und auf meine Frage, darf ich ihn morgen nochmal ansprechen? Und dann habe ich gesagt, ja machen Sie. Aber er hat wahrscheinlich gedacht, in dem Gefühl, ob ich ihn da wohl treffe, ist sehr ungewiss. Und am nächsten Tag stand ich vorher und meinte, ach da sind sie ja schon. Also es war irgendwie, es war einfach eine schöne Fügung. Also als ich dann an diesem Gitter stand und vergeblich gewartet habe und alle Mann schon weg waren, war es dann total nett. Es kam nämlich dann der Schülerkreis von Josef Ratzinger, die kamen mit ein paar, die kamen aus dem Petersdom. Und haben dann gesagt, oh Marion, willst du mit zum Abendessen gehen? Da habe ich gesagt, ja super, gerne, mache ich das. Und da stand ich dann eben zwischen 20 Uhr und 22 Uhr, habe fünf, sechs Interviews gemacht mit Pater Professor Dr. Stefan Horn. Der Assistent bei ihm war, langjähriger Pressesprecher auch oder Leiter des Schülerkreises. Dass ein anderer Schüler von ihm denn auch bei ihm studiert hat, Professor Thumi aus Irland und aber auch neue Schüler. Das war nämlich voll interessant aus den USA, aus England, die halt nicht persönlich bei ihm studiert haben, aber seine Lehre sehr schätzen und vertiefen. Ein Aspekt, den man auch oft gehört hat, dass sie, wenn die oft gar nicht persönlich kennengelernt haben, sondern nur über sein geistliches Vermächtnis, was ja offensichtlich auch bei diesen Mitgliedern des neuen Schülerkreises der Fall ist. Was war denn dein Anliegen, Marion, eigentlich? Du hast diese ganzen Interviews geführt, du hattest kaum Zeit, dich vorzubereiten im letzten Zustand vor den Leuten. Aber du hast sicherlich einen Anlass, eine Mission gehabt in deinem Herzen, warum du das Ganze machen willst. Was war dein Anliegen für die Hörer von Radio Horeb darüber zu bringen? Also zum einen ist mir ein Anliegen, ich glaube, dass Papst Benedikt Josef Ratzinger in Deutschland total verkannt wurde. Es kamen früher in den Medien rum, der Panzerkardinal, der Professor, ja hochintelligent, ja, aber unnahbar und was weiß ich. Ich fand, es wurde eigentlich in den Medien oft ein völlig falsches Bild von ihm vermittelt. Und ich habe oft bei den Schülerkreisen oder auch durch diese persönlichen Begegnungen mitbekommen, dass er überhaupt gar nicht panzerkardinalmäßig ist, sondern eher ein bisschen schüchtern. Ein tiefer Beter, der überhaupt keinen Rummel um sich will, also natürlich hochintelligent, ja, und das merkt man auch. Er kann den Glauben erklären, egal ob zu Professoren oder zu Kindern, er trifft die richtigen Worte und kann die ganzen Zusammenhänge aufzeigen wie niemand anderer, spricht wie gedruckt. Das stimmt alles, aber er hat ein großes Herz und eine große Güte und Väterlichkeit, auch so was Menschliches und ganz Liebenswürdiges. Und das hatte ich halt schon auch in den letzten Jahren von den Schülern mitbekommen. Das waren so tolle Geschichten, die die mir erzählt haben, die man wahrscheinlich nie in der Presse gehört hat. Also was weiß ich, bei einem Schüler, der hat damals Professor Ratzinger mitgenommen, der Wagen blieb liegen. Ja, was macht Professor Ratzinger? Steigt aus und schiebt den Wagen an. So Sachen, ja. Oder was weiß ich, ein anderer hat mir erzählt, ich glaube, das war Pfarrer Trimpe, den Sie auch kennen von der Komplett. Der hat zum Beispiel erzählt, dass er mal als Assistent von ihm gesagt hat, meine Güte, Herr Professor, wollen Sie wirklich die ganzen ausländischen Studenten als Doktoranden annehmen? Das ist doch immer so viel Arbeit. Und da hat er ihn wohl so ganz entsetzt oder erstaunt angeguckt und hat gesagt, Herr Trimpe, die hat uns der liebe Gott geschickt und um die kümmere ich mich. Und dann habe ich zum Beispiel von einem anderen gehört, dass die Assistenten zum Teil die Aufgabe von ihm hatten, sich bei denen zu erkundigen. Haben die eine Wohnung? Haben die genug Geld? Verstehen die genug Deutsch? Brauchen die Hilfe? Und da wurden die Assistenten, die sonst am Schreibtisch sitzen und irgendwelche Artikel bearbeiten, die wurden hingeschickt und haben gesagt, kümmere dich um die. Oder zum Beispiel der Pater Antoine aus Damaskus, der extra angereist ist, extra Deutsch gelernt hat, um bei ihm studieren zu können. Der hat zum Beispiel mir erzählt, seine Schwester war einmal so krank, dass sie ihn ums Gebet gebeten hat oder um Segen. Und Jahrzehnte danach, immer wenn Pater Antoine, Professor, Präfekt der Glaubenskongregation, später einen Papst getroffen hat, hat er sich nach seiner Schwester erkundigt. Eine Begebenheit, die ewig lange her war. Aber er wusste das noch. Er hat das im Kopf. Also sowas Herzliches und sowas Feines einfach, sowas Väterliches oder dieses Zeugnis von der Ingrid Wagner, was jetzt auch heute um 8.15 Uhr lief, das hat mich damals so berührt, als ich davon gehört hatte. Zwar hat die Ingrid Wagner eine Freundin, dessen Verlobter tödlich im Auto verunglückt ist. An diesem Tag hat sie, glaube ich, ihr Hochzeitskleid abholen wollen. Der Hochzeitstermin stand schon fest. Und er ist tödlich verunglückt, hat er gar keine Schuld. Er ist zusammengefahren worden und ist auf der Stelle gestorben. Und die Freundin hat Ingrid Wagner gebeten, kannst du den Tag mit mir verbringen? Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich ja auch mal geschluckt hat, mit einer Braut, die eigentlich ihren Hochzeitstag hatte, an dem Tag den Tag zu verbringen. Das ist sicher für beide hart gewesen. Und die hat sich gewünscht, nach Rom zu fahren. Und dann kam die Ingrid auf die Idee, sie könnte ja vielleicht einen Papst schreiben, der war schon Papst Emeritus und ihm einfach den Fallschildern ums Gebet bitten und er hat sie dann eingeladen, wenn sie möchten, zur Heiligen Messe zu kommen und mit ihnen zu reden. Und er hat dann so schöne Worte, also keinen billigen Trost, sondern er hat dann so schöne Worte einfach zu ihr auch gesagt. Er weiß, dass es schwierige Momente gibt, wo es schwerfällt, an die Liebe Gottes zu glauben. Aber wir schauen auf das Kreuz und ich bete für sie und ich habe auch schon viel für sie gebetet. Also ja, so feine, so eine, ja, ich habe damals gedacht, jetzt habe ich ihn noch lieber als ihr schon. Das ist aber eine schöne Erfahrung, die du da gemacht hast, dass du einfach dem Papst offensichtlich noch näher gekommen bist im Tod, in dieser Erlebnisse, die du da in Rom einfach gehabt hast. Zum Abschluss, Marion, kannst du uns sagen, noch einmal einfach, was du für eine Atmosphäre wahrgenommen hast, insgesamt in Rom, während des Requiems, vielleicht auch davor mit den Menschen, die dir begegnet sind, was war das für ein Geist, der da herrschte? Also tiefe Betroffenheit bei vielen, also Trauer, Dankbarkeit. Ich glaube, so eine Mischung war bei allen irgendwie auch natürlich eine Glaubenszuversicht, dass er beim Herrn ist. Am beeindruckendsten oder am tiefsten, finde ich, habe ich das eigentlich schon fast vorher bei diesen Prozessionen im Petersdom, ich sage Prozessionen, weil so habe ich es empfunden, zur Verabschiedung an den Leichnam zu gehen. Die meisten mussten sich sehr lange anstellen, um überhaupt reinzukommen, gingen durch viele Kontrollen und sie konnten eigentlich auch nicht lange vor dem Leichnam verweilen, um dort zu beten. Es wurden einfach viele so weiter geschleust. Natürlich haben viele versucht, ein Foto zu machen, ich auch für sie, aber trotzdem hat man dann versucht, irgendwie an den Rand zu gehen, vielleicht an den Altars, vor das Allerheiligste und in der Nähe dort zu beten, dass man nicht gleich wieder raus musste. Und ich habe auch bei jungen Männern, bei Priestern oder Seminaristen, einfach auch Tränen in den Augen gesehen. Also ich wollte jemanden ansprechen, den ich eigentlich kannte, jetzt nicht so gut, aber ich hatte ihn einmal getroffen bei einer Veranstaltung, dann habe ich gesehen, wie er gerade so mit den Tränen ringt. Und da habe ich gedacht, nein, ich lasse ihn jetzt in Ruhe. Aber es ist, ja, es war so, also mich hat es so sehr gefreut, dass so viele gekommen sind, weil es wurde ja vorher gesagt, ja höchstens 30.000 war glaube ich die Vermutung und schon am ersten Tag waren es glaube ich an die 100.000. Und mich hat das einfach so gefreut, weil die Wertschätzung, die Papst Benedikt und Josef Ratzsäger aus anderen Ländern erfährt, ist um ein Vielfaches größer, als was ihm in Deutschland entgegengeschlagen ist. Und was vielleicht auch nochmal, also ja, ich hatte so eine Mischung Trauer, natürlich irgendwie, Trauer, Dankbarkeit. Und die ganzen Erinnerungen kamen natürlich hoch und da musste ich auch erstmal irgendwie, ja und trotzdem, wir haben die Gewissheit, wir glauben, dass Jesus uns erlöst hat und dass es sein Geschenk ist. Und ich fand das so, so auch einem, so demütig von ihm, dass er auch vor allem um das Gebet gebeten hat, von allen, er weiß um die Macht des Gebets, er weiß, dass er vor seinen Richter und Erlöser tritt und dass er auch der Barmherzigkeit bedarf. Bei uns ist immer oft so das Bild, ja, ja, alle, alle kommen in den Himmel und alles ist gebunkt. Natürlich schenkt uns Gott die Erlösung und wir dürfen sie annehmen wie ein Kind, aber wir haben, also es ist ein Geschenk seiner Barmherzigkeit und wir können ihm nicht unsere Taten vorrechnen, obwohl Papst Benedikt sich ja viel vorzuweisen hätte. Wohl wahr, wohl wahr. Ein Teil dieses Vermächtetes kann man auch bei uns auf Sendung in unserer Mediathek, also konnte man auch bei uns auf Sendung hören, in unserer Mediathek auch nachhören, nur um zu nennen, die Generalaudienzen, die Katechesen, die er uns gehalten hat, die Zeit eines Pontifikats, sie sind alle zu hören bei Radio, in der Mediathek, aber auch die Eindrücke von der Zeit in Rom, die Marion dort mitgebracht hat und die sie uns rübergeschickt hat nach dem Tod von Papst Benedikt XVI. All das ist nachzuhören und nachzuerleben bei uns auf unserer Internetseite und dies soll nur ein kurzer Rückblick gewesen sein und eine Einladung an alle, die jetzt zuhören, noch einmal einzutauchen in dieses schöne Vermächtnis, das uns der Heilige Vater hinterlassen hat und das wir auch wachhalten dürfen und von dem wir auch immer noch leben und zehren dürfen. Ich habe einen ganz herzlichen Dank, Marion, für deinen Einsatz dort vor Ort. Danke, dass du uns das so lebendig hier rübergebracht hast. Und ja, hoffen wir, dass wir auch weiterhin von den Früchten, die uns der Heilige Vater hinterlassen hat, zehren dürfen und auch hier in Deutschland davon zu spüren bekommen. Ganz herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, das war das Interview des Tages und ich freue mich, dass Sie mit dabei gewesen sind. Ich gehe wieder zurück ins Studio nach München zu meiner Kollegin Nadja Neubauer. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Ich war im Gespräch mit meiner Kollegin Marion Kuhl. Hat dir das Video gefallen? Dann schau doch mal hier nach. Vielleicht gefällt dir das auch. Dann schau doch mal hier nach.